Ein Gruppenflüsterer ist eine Person, die eine Gruppe lesen kann, die weiß, was die Gruppe braucht, damit sie schneller funktionieren kann, sich besser fühlen kann und die gemeinsam gesteckten Ziele besser erreichen kann. Und um das geht es beim Tagesseminar der Gruppenflüsterer. Es geht darum, dass sie Gruppendynamik meistern können und mit der Technik der nonverbalen Kommunikation noch besser als Lieder, als Seminarleiter oder als Präsentator vor Menschen stehen können. Es geht einerseits darum, das Fundament zu begreifen, zu verstehen, wie nonverbale Kommunikation vor allem in Gruppen und vor allem in der Position des Menschen, der vor der Gruppe steht, einzusetzen ist. Oder auch, was sie tun können, damit sie die Gruppe bilden können, welche Techniken hilfreich sind, um schnell und easy eine Gruppe in die Performing-Phase zu bekommen. Und dann die Gruppenführung. Was braucht es, wenn eine Störung auftritt, wenn ein Störenfried auftritt? Was können sie da tun? Wie können sie eine Gruppe managen, wenn es Schwierigkeiten gibt? Wie können sie eine dysfunktionale Gruppe heilen? Und zu guter Letzt geht es bei diesem Seminar auch darum, den Lerneffekt für die Teilnehmenden zu erhöhen. Was sie tun können, um den Lerneffekt zu steigern, damit Menschen noch schneller und noch mehr verstehen, was sie transportieren möchten. Beziehungsweise, dass sie auch ihr eigenes Charisma steigern können. Oder das Wissen schneller vertiefen können bei ihren Zuschauern und Zuhörern. Das ist nur ein kleiner Überblick über dieses Zwei-Tage-Seminar, welches sehr spannend sein wird. Vielleicht sehen wir uns dabei. Es würde mich freuen. Bis dahin, alles Gute. Bis dahin, alles Gute.